Oh Gott, das sind feindliche Mechs. Scheiße, ahhh. Die Mechs halten A, oder versuchen zumindest A zu halten. Jetzt haben wir Sando direkt davor. Ja, das kann doch alles sein, ich habe sie schon ein paar hier umgebracht. Also, über den Haufen geknallert. Ich glaube, sie haben es kurzzeitig gehabt, damit sie... Es wird so... Da ist mein Jetpack leer. Ich brauche einen größeren Tank. Ja, ich habe jetzt bald genug Zeit, um meine leichte Antos halt auch mit C4 auszustatten. Juhu, wieder meine Zyklon. Und noch Retter. Und noch Verdienstabzeichen, 1500 XP. So, klar, fertig mit Leben. Oh, wie geil das hier hinhalten. Schocknade. Wie auf Excess Licht, das finde blaue Licht. Was macht das? Es leuchtet blau. Haha. Mua oh. Ohhhhhhh... March! March, blöde Cue. Ne, nicht March. Macre... Major? Call on! Ja! Neben mir ist einer! Bomba-ma-bomba-mann... Das finde Super-man, finde du der Bomba-mann. Juhuuu Du bist der Bomber, man Nein Das ist nicht dein, was jetzt meine Munition leer war Ich passe einfach nicht auf Ich schätze mal, dass das jetzt die letzte Verteidigung sind Lassen wir den Rest jetzt eingehen So Das langt noch, ja Selbst der letzte fliehende Feind wird unterbefordergenommen So Jetzt müssen wir vor und vorrücken Ich habe jetzt keinen Feind mehr gesehen Ist mein Feind? Das brauchen wir mit Fahrgelegenheit natürlich Aber ich glaube, der fährt ohne mich Ah Perfekt Taxi Dankeschön Na, hab ich gemerkt, dass ohne Gunner ein bisschen aufgeschmissen Das ist der für geile Waffe Was ist denn noch? Zwei? Flack Ah Der Arter hat das Ding leer geschossen Jetzt haut er ab Boah, Alter, muss ich wieder hoch zielen Das ist, wenn du hochziehst, kommst du nicht da bis vor Na, das ist mit zu blöd Ich gehe lieber in den Nahkampf über Versuch die Brücke zu stürmen Nicht ducken Nicht ducken Kämpfen Vorwärts Ja, jetzt kann man sich ducken Jetzt sitzen wir halt hinter dem Brückpfeiler fest, aber Keine Informationen weitergeben Was ist nur Wir brauchten hier ein bisschen Unterstützung, wenn das schlägt Oh shit Wir brauchten hier ein bisschen Unterstützung, wenn das schlägt Oh shit Oh shit Scheiße Scheiße, ich brauch Munition Auf jeden Fall brauch ich Munition So Erstmal auf Taufstation, ne? Hehehe Unter dem Brückenfuß durch Und der nächster gleich hinterher So 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 So, auf die Brücke will ich jetzt auch nicht unbedingt Und Ähm, Sonny wäre hier nicht verkehrt Ah, das steht in uns Ah, da steht in uns Ah, wenn er noch was zum rappen dabei gehabt hätte, wäre schöner Sani Da ist einer Ich hab dich gesehen Heile mich Ja, genau Dankeschön Sani Sani Ich brauch nur noch Munition Oh Oh Ich bin jetzt positiv natürlich Ich bin immer positiv Immer positiv denken Ach Gott Also Also Engel stecken wir jetzt gerade ein bisschen fest Habe ich das Gefühl Wir müssen irgendwie die Spione hier wegknallen Mann, geh doch mal weg mit einem Scheidpanzer Mann, geh doch mal weg mit einem Scheidpanzer So So Mist Jetzt bin ich wieder eingenebelt Na, höher Deutlich höher Shit Jetzt hab ich ihn Ja Wenn man so lange auf einem Schuh Einem Fleck steht Muss man sich dann wundern Oh Das war auch dumm Mist Höre Na, das wird ein Tick zu hoch Aber so ein Ring Ein Kugelchen drunter Drüber Fuck Das war nur Nur ein Brustschuss Jetzt bin ich da sichtbar Jetzt bin ich da sichtbar Syntax Syntax Ach Ticken zu weit links Uäh Oh I Donut Hm